2, 1, 0 Die Krüge! Am 22. September ist es wieder soweit. Dann öffnen sich die Tore beim großen Dortmunder Oktoberfest auf den Wischlinger Wiesen. Freut euch auf ein tolles Programm und leckeren Spreisen und kühles Dortmunder Kronenfestbier im großen bayerischen dekorierten Festzelt. Und ihr könnt dann am 22.09. mit Mia Julia feiern. Und am 23. September machen wir Riesenparty mit Anna-Maria Zimmermann. Für richtig Partystimmung sorgt am 29. September natürlich Micky Krause. Und am 30.09. begrüßen wir zum ersten Mal auf dem Dortmunder Oktoberfest Lorenz Büffel. Und zum Final Gaudi, da erwarten wir noch einmal Micky Krause am Montag, den 2.10. vor dem Feiertag. Und er wird den Abschluss einläuten. An allen Tagen erleben wir live die Bayerisch-rockige Partyband-Müttern-Schichten. Und sie sorgen für die richtige Stimmung im Festzelt. Karten gibt es ab sofort unter www.oktoberfest.nrw. Also Karten sichern und live dabei sein.